Servus, was geht? Kommen Sie noch ein paar Runden, was ist das? Wenn es lädt? Ah, ja. Englisch geht es. Wie war euer Tag? Guten Morgen. Ich nehme das um 0.15 Uhr gerade auf. Guten Tag, guten Morgen, guten Abend. Komm. Wir spielen eine Runde. Weg damit. Ach, ich habe gesagt, diese Scheiße. Sorry. Äh, wir spielen eine Runde mit... Nein. Ich will das. Ich nur eine Runde mit Colonel Was. Mal gucken, wie das Matchmaking ist. Okay, es geht. Okay, nice combo. Äh. Äh. Hier ist ein Etter. Er ist wohl wahrscheinlich nicht in Ruhe. Cool. Ich kann weh machen. Ich kann weh machen. Wir haben wenigstens schon mal ein Teil davon abgemacht. Ah, natürlich. Alter, das ist so nett. Hier. Das ist ein Etter. Ja. Da ist ein Etter. Als ich ihn geholt habe. Auf einmal kann ich nur weggehen. Er ist schon tot. Was kann man da machen? Wenn ich das noch schaffe zu überleben, dann muss ich alle ein Nighter-Game geben. Alle. Oh ne, oh ne, oh ne. Nein! Oh ne, ihr seid so scheiße. Scheiß Team-Mates. Wir sind so scheiße Team-Mates. Okay. Ha ha, Shelly, ha ha. Ich hab den Kegelskiez, ha ha. Ich bin der Kegelskiez, ha ha. Ich bin der Kegelskiez, der Julien, ha ha. Ne Spaß, Alter. So, in der Runde dann glaube ich, er ist auf. Also dann beende ich das Video, weil dann geht's dann kennen. Ähm. 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 Aber ich will, ich will noch, äh, diese Video und dann noch ein Video hochladen. Ich geh ne rosa auf. Nein. Wir rücken heute vor. Aha. Ja moin, hier ist einfach so ein Tee gemacht. Von den Käutern ist einfach so ein Tee. Du weißt schon, da ist ne rosa Klinge. Ja moin, der hier hat einfach nur einen Tee gemacht. Ja moin, der hier hat einfach nur einen Tee gemacht. Ah, Junge. Wir sehen uns. Bye, bye. Bye, bye.